Nein! Oh mein Gott, Jungs, ey! Nein! Nein! So Leute, herzlich willkommen zurück hier auf dem Big Clan Channel. Das hier ist mittlerweile der vierte Vlog hier aus Malta von der ESL Pro League Season 20. Heute Abend haben wir das letzte Match des Tages gegen Fnatic. Es ist noch kein Qualifikationsmatch, also wenn wir gewinnen sollten, sind wir noch nicht qualifiziert für die Playoffs, sondern müssen dann noch eins gewinnen, sind in der ersten Lower Bracket Final. Wenn wir verlieren sollten, sind wir im Last Chance Bracket und dann müssen wir erst auch mal wieder ein paar Games gewinnen, damit wir qualifiziert werden. Dennoch geht es immer noch gegen Fnatic und ein Win gegen Fnatic wäre auf jeden Fall irgendwie mal geil, denke ich. Gleich haben die Jungs dann einen gemeinsamen Teamwalk, dann nehme ich euch auf jeden Fall mit und gucke einfach mal so, was heute so passiert. Wenn euch die Vlogs gefallen, lasst eine Bewertung da und liebe Grüße an die Viewer von Sonix. Wie gefällt dir Malta so? Ich finde Malta sehr schön. Ich denke im Allgemeinen in der Innenstadt. Balletta, glaube ich. Balletta ist super schön. Also es sind ein kleines Pläckchen, ist super schön. Die Straßen da eben ein bisschen weiter drin, wo die Hotels sind, sind natürlich ein bisschen mehr befahren, aber es ist bei der Insel immer so was kennt man. Malta gefällt mir eigentlich sehr gut. John, warst du hier schonmal? Ja. Und wie fandst du's? Ich fand's gut. Ich fand's gut. Ich truste Food immer draußen nicht, weil du weißt ja nie. Vielleicht Food poisoning. Und ich hatte bei meinem ersten ProDig in Malta, hatte ich Food poisoning. Seitdem immer. Gefährlich. Okay. Also nimmst du jetzt nichts oder nimmst du was? Ich hab was von Eat Well, hat mir Dance Limits gebracht schon. Jetzt rufst du so. Sorry, Bruder. Die Stimmung ist gut, ja. Ja, wir lieben uns. Ich hasse ihn. Nee, das ist so ne Hassliebe. Warst du hier schonmal? Nee, ich war hier noch nie. Hast du hohe Ansprüche oder geht's so? Ich glaub, es geht so, glaub ich nicht. Ich muss sagen, nein, keine hohe Ansprüche. Egal was kommt, wir nehmen. Wir nehmen uns. In der Animation, wo er Lasted ist, gibst du ihm Auto Attack. Und er kann dich nicht Auto Attacken, weil Auto Attack on Coulon ist. Ja, okay. League of Legends Tutorial mit John. Das erste Wave kommt. Ja. Du clearst all seine Minions. Das war schon. Sorry. Das ist nicht meiner. Ich weiß. Du clearst all seine Minions. Ja. Bei dir leben jetzt noch zwei als Beispiel. Das heißt, diese zwei Minions gehen ja weiter nach vorne zur Tower. Ja. Ja. Ei, aia, aia, Freunde da ist jemand mit dem, da musst du erst mal eine Red Bull trink. John, wer ist denn das Parfüm, das 20 Euro Douglas Parfüm von gestern? Wenn damit so reingeht, muss ja krass sein. Ja, die Leute sagen 20 Euro Douglas Parfüm. Es ist Versace Dylan Blue für 80 Euro. Ist okay, ich bin nicht in dem Parfüm-Business. Ich nehme einfach, ich mache so und dann, if it's good, I take it. Könnte auch ein Fünfer kosten. Ruf ihn mal, denn so kurz. Ruf ihn kurz. Was ist los, Bruder? In dieser Molle nochmal, Bruder. So, ne? Du kommst hier. Jetzt hier an die Wand. An die Wand. Ja. An die Wand. An die Seite. So? An die Seite. So meinst du? Jetzt eben so. Da. Hier. Dass sie hier gegen den Wald unten rennen werden. So? Haben wir die nicht anders gemacht, Bruder? Ja, passt schon. Wir stehen hier mit breiter Brust. Aus Deutschland. Wie ist Schweizer Geheimdienst? Geheimdienst? Spezialeinheit, meinst du? Ich weiß gar nicht. Schweizer Garde. Weißt du, wie in Deutschland heißt? K11. Kommissar im Einsatz. Kennst du das? Der Lenz nur Partner. Oh mein Gott. Das war das Beste. Ja, das ist Kopa. Kopa ist bei uns die... Kopa ist bei uns die... Der Name gegen den wir spielen ist absolut irrelevant. Weil wir treten nur gegen uns selber an. Und wenn wir das abrufen, was wir die ganze Zeit trainieren, worüber sie reden, worüber sie reden, worüber er redet uns, dann verrichten wir sie. Und das werden wir. Ja? Ihr seid noch stehen. Auf geht's. 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 3, 2, 1, 2. AWP Sings on out. Und Searson. Started off a little bit rocky. With that first gun round. But he is cleaning things up. In a big way so was Krims, though. Two tech 9 kills come through. And it is just Searson now with the AWP. He's got his sidearm out as well, though. Low HP up against Krims. One bullet would do him in. Nice. 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 Just a little bit. Found a plan, but Krimbo would like to deny, and he will do exactly that. Two and a half kills on. And Tabson's still here. Assassination, that's the bomb drop. Now the bomb can just be sat upon. By 1-6, no. The miss, the whiff, at the worst possible time. But somehow surviving. And that might be enough. Because look at JDC. He's come on throw, he's left it all to Blame-Aff, the flashbang nearly giving Blame a chance to. Don't know if you want to match him up against a rooster. Regon. All over the animal jungle. Use a few more cocks on this site. And he's going to call for them. Searson swinging it. Searson connecting it. Searson! Missing that last opportunity but now Krimbo's here to support and he's just Blame-Aff and no chance whatsoever. I think he's still in the temple. It's going to force Blame-Aff for Aphro to toss the bomb over or cross up against the Op. And that's not an option for him. Expecting the aggression to head his way but that's not the case for Blame-Aff. And his rifle, he gets back on the line. But it'll at least discount the possibility. Regon. Regon. Connecting some shots though. Searson making it happen. Oh, for that Galak. No Op available. He don't need it. He's the pistol king right now. And Searson stacked it up. Nice! 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 Nice push, brother. Nice push. Nice push. Nice push. Nice push. Nice push. Let's go, brother. Let's go. Nice push. We'll connect, but just the Deagle. It's out of the A-case. It's looking looks good. It's looking so very good. How are they making this work? How are they making this clean? Regon has a chance to deny everything. Oh! He's pulled off the abus. He's RUSHMAN! He's got it! They don't have it! They don't have it! I got so close! Nice! Regon, let's go! No, he rigged. Jesus. You weren't saying it. Nice! Nice! Nice push. Nice! Sieht? Klasse! 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 Weißt du, was geil wäre? Die Hand-Roomer sind echt schon die Waffe, oder? Oh! Guck mal, wie klein meine Hände sind! Oh! Heiß kalt! Heiß kalt! Das ist echt gerettet worden! Wir besprechen einfach die Welle ein bisschen weiter. Das ist sehr gut. Mir fällt die Balance zwischen Halbzeit und dann noch kaum und verlecker. Das ist sehr wichtig. Will das weiterhin haben? Will das Riese piece? Ja. Hey, Moin. Hey, Moin. Hey, Moin. Hey, Moin. Hey, Moin. Hey, Max, für den Block. Schöne Grüße. Tabson's even picked up a rifle. And a flash? Oh, the flash doesn't do it. It actually just baits him into Bodhi's Angle, which is what he's looking for. But Tabson back on the dig. Who needs that Galil? It falls just to one man. Bodhi, he's tagged up. He's bragged up. Nooo! Nice! Let's go! It's a game! Let's go! It's a game! It's a game! Tripping off a stew. Looking at it to see what he can do. It's JDC instead. Now Regan will deny that bomb drop down. No plan for you. No money for you, Fnatic Afro. Shot in the back of the hand. It's a game. It's a game. It's a game. It's a game. Thinks he's clearing it all. Thinks he's checking. But Krimpo's dodging. Krimpo's dodging it as the bomb comes out. Salvation on. Regan getting frisky right into Tabson. He can't even see them. What? He can't even see them. Everything's just working. It's preordained. This is destiny for Big. And they inch ever closer to it. Nothing doing here for Krimps. Nice! Nice! Very good. Amazing. How are you, Alter? Yeah. Yeah. Weiter, weiter. Yeah. That's how everything worked. I kiss your hearts. You can play with me. Let's go. 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 I'm in the Con-Smoke. Let's go. I've got it. Let's go. Let's go. Let's go. Go! Go! No! Nice! Yes, man. Nice! Very cool. Nice! Nice! Yeah! Nice game. Nice game. Nice game. Geil! Hängel. Ich bin das Game, Bruder. Ich bin das Game, Bruder. Let's go! Von links. Ey, ey, es hat einfach alles funktioniert. Das hat einfach funktioniert. Weiß es! Ey, es ist wirklich. Wie eine Macht. Boah, Leute, ich bin sehr stolz auf uns. Wirklich. Bruder, dieses neue Rige, wo ich Tetris bin. Sehr gut. Sehr gut, ey. Sehr gutes Spiel. Was macht ihr jetzt? Jetzt erst mal ein Bier, Daniel. Spielen die eher New oder zwei gegen uns? Ja, zwei. Soll ich das mal einfach verteilen? Die spielen eher New. Ja? Oder das Zwei-Same? Was? Zwei oder Nuke? Gegen eins. Das Zwei. Und? Das Zwei. Du sagst Nuke? Ja, Nuke. Was sagt Captain? Ich weiß es, haha. Sie haben Nuke gebannt, das Zwei genommen. Ja, das ist ja klar. Ja, das Zwei. Aber was haben sie jetzt erst gepickt? Fertigo. Ja, warum gehen die das? Es hätte ja auch Nobis-Picks sein können. Sind die schlecht auf Nuke? Sind die schlecht auf Nuke? Das geht Maximus. Endlich Vertigo, oder Karim? Endlich wieder Vertigo. Seid sehr gut zum Map von uns. Home sweet home. Home sweet home. Home sweet home, oder? Bisschen Weg-game. Macht dir Spaß, ja? Sehr gut, ja. Ja? Mit Johnny, mit dem hier. Was ist mit mir? So muss das sein unter Homies. Was auf B passiert, bleibt auf B. Punkt im linken Arm, weil ich diese Schraubrotten festmachen musste, Alter. Was hast du? Muskelkarte? Guck mal, achte mal. Punkt? Ja. Achte mal hier, dieses Ding. Vergleich. Weißt du, woher dieser Muskel kommt? Links? Ja. Welche? Woher? Das ist ja links. Egal, Bruder. Du musst mal hart weg. Ja. Vom Warm-up im Deathmatch kommt der. Genau, Max, Alter. Endlich. Vernünftig. Vernünftiger Typisch. War das nicht obvious? Ich weiß nicht, woran ihr immer denkt. Ihr seid alle viel zu versäunt für mich. Ich versteh das nicht. Hi, Daddy. Floppy. Floppy? Flüppchen. Ich nenn ihn eigentlich immer Mami. Er nennt mich Daddy immer. Viel schlimmer, dass ich mich auf Daddy angesprochen gefühlt hab von dir. Habe ich dich schon mal Daddy genannt? Ja, gestern. Ich kam eine Tür in den Freiraum. Du sagst so, was geht Daddy? Und ich schiebe heute Morgen auf, Bruder. Erinnerst du dich nicht? Ich komme rein und sage, was geht Daddy? Und ich mache so gut wie du schieb. Nein. Hahaha. Hahaha. Weißt du, was du bist? Jetzt for real. Was findest du hier? Das ist eine Taube. Warum eine Taube? Es muss schon einen Grund geben. Das ist Maxchen. Das ist ein ready Maxchen. Ja. Ja. Wird gut. Inshallah. Was geht ab, Bruder? Was geht ab? Ich rede wirklich sehr oft wie so ein richtig Asozialer, ne? Das schreckt mir eigentlich auf. Ich schwöre. Obwohl du zwar eloquent bist eigentlich. Wie würde? Du kannst auch eloquent reden. Nee, eloquent ist nicht so nice. Warum denkst du, dass du kein Asozialer bist? Weil ich abends Billard spielen gehe mit 50-Jährigen. Ja und danach State League spielst. Das ist ja auch angeknüpft an Asozialer. Würdest du sagen, League of Legends Spiele sind Asozialer? Weiß ich nicht. Ich bin noch zu New- Ja, nein, deswegen. Der weiß mehr bestimmt. Die Lollis sind eigentlich keine Assis, nee. Die Lollis. Die Lollis. Die Lollis. Die Lollis artikulieren sich nur auf gehobenen Ebenen. Die Strykies sind ein bisschen einfacher, ne? Die Strykies? Strykies ist on glissi crazy. Strykies ist crazy. Da gibt es auch die Trackies, die sind die Trackmania-Fahrer. Ne? Trackmania ist cool, ich habe es noch nie gespielt. Ich habe es immer nur zugeschaut. Das ist immer gespielt, ja. Aber... Das ist auch schwer, oder? Sehr schwer, ja. Liebe Grüße, Master Granadi. Gestern wurde der Löse-Gefekt genannt, okay? Wir haben uns selbst bewiesen, dass wir es können, wenn wir eben auf unsere Sachen achten. Proaktive City-Seiten, ja? Wir hören auf die Calls und wir führen sie aus. Viele Ja's, viele Follower. Ja? Das ist das Wichtigste. Wir können es alle, wir haben es mehrmals bewiesen. Heute ist nichts anderes. Ich schwöre bei Gott, alle von uns machen genau das, was sie tun müssen und nicht mehr und nicht weniger. Und wenn wir das wieder so tun, werden wir einfach rüberfassen. Ich schwöre, wir sind echt, stehen zähne. Wir sitzen hier, wir gucken uns Games von anderen Teams an und wir denken so, Alter, what the fuck machen die? Weil wir so advanced sind und das Einzige, was heute wieder passieren würde, ist, wir vertrauen einander, wir hören uns zu und wir ficken sie. Ja? Auf geht's. So sieht's aus. Drei, zwei, eins! Drei! Hier ist Floppy over in Donut. Oh. They managed to get past him. All the way into the red room. And another frag. Halser just trying to stay alive while getting one more kill to even things up for Floppy, who's got one and now two remaining. Yeah! Yeah! Nice Jungs, Alter, man! Auf geht's jetzt, man! They really got CSN's attention. Oh. All right, Tabson. All right, Tabson! What? Is he ready for Crimbo? Is he ready? Doesn't look like him. They're a nice Jungs, man! He's got a weapon! He's got a weapon! Okay, let's go! I'll go! I'll go! Yes! Takes off the defuse and it's just Crimbo. Halfway through that bomb. He's got no kit. Grim worried, pacing. And Crimbo's got it. Nice! Trüger, man! Come on, Jungs, man! Nice Jungs, man! 21.45! One spot at the head, but Regan out in the open. Can't track that. Good luck, Tabson. Good luck, Tabson. Double kill while blind. Tried to get out of there, but then throws himself right back in. Tabson, it's having a round! That should be the map. And it's locked in. By Tabson. Nice Jungs! Nice Jungs! He's got it! He's got it, but he's got it. See? Did you see what he's got? He's got it. He's got it. He's got it. That's the game, guys. He's got it. He's got it. He's got it. But he's got it, you know? It's fine. Full focus, nice. It's a good game, guys. That's the top 20, the top 15. That's the top 20 team. Yeah, that's the top 20 team, man. We have a 5-7 and finally out of the 20... Yeah, I thought, man... I still want to get out of here. I thought, man... I thought, man, it's losing the Rund. I thought, man, it was next. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. Das ist das Team. Das ist dort, wie man hierher reagiert. 4 Minuten ohne Scheiße. Wenn du sagst, wie er dort ist, ist die Frage. Es ist halt, mit dem Orb. Tapsum, Default. Das ist gut. Das ist eine große Kille, durch die Smoke. Boom. JDC reenterts der Round. Vielleicht ist es ein Welt, vielleicht ist es ein Weg. Auf der Ere over hier. JDC gewinnen die 1v1 gegen Elige. Floppy, es ist alles auf ihn. 1 vs 1. 1 HP auf JDC. Ja, JDC ist einfach zu halten. Ich liebe es. Pros nicht Fake. Pros nicht Fake. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Es ist ein 1v1 hier. JDC ist einfach zu machen. Oh! 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 SiYes! Come on! Finish the job, Buddy! Triple entry and double close out of JDC! neuen Job! 然后 hazeln es die Happened. tanto Hellman Smokes, like he's not made of glass, he gets shattered. Sio'sn'Nwe'll schla sometimes have a naid, Also auf ccoo an tierra, isolated, there's a cat peak. Halseath'Innes went for it. Then there's a window. But instead, SiarC! Has shut the door in this round. If he catches the right timing when Sio's'n looks away. The standard happens. N RE offer! N prophesied er, Hopp! Sie haben überall hingewiesen. Perfekt von Floppy. Oh, he's nearly taken down Searsson as well. The AWP, with his pistol out, gets rocked down. Come back AWPing! Floppy hits a no-scope. One way to do it. And that's the third map, essentially locked in. Es ist okay. Viel über das zwei gesprochen, Leute. Erinnert euch einfach an unsere Sachen. Wenn ihr kurz Molotow benutzt, die ihr bitte benutzt. Auch wenn wir sagen, ey, lang ist frei, ihr macht kurz Molotow. Dann gehst du rum, breite Brust, einfach dann spielen. Wir spielen auf die Lower Flash warten, okay? Sein und B zusammen sein. Sein und B zusammen gehen. Ich halt da extra, ich geh lower rein. Sein und B kommen einfach an meinem Arsch. Wir werden alles auf dem Schirm haben, aber uns helfen gegenseitig. Und was unser Spiel gewinnen wird, ist, wenn wir einfach composed bleiben. Ich schwöre. Wir sind so. Die Runden werden fucking closed. Aber in so einem Game jetzt, wenn wir einfach unser Game spielen und wir bleiben konstant in unseren Coms, die werden prompt. 100 Prozent. Bomb scooped up. Elige. Holding for the Rotate. Es wird gespielt out by Krimbo. Clean headshot found and posted by Mr. Krimbo. Hard to track and yeah, boils down nicely. Pistols? Which you can't. Oh, he's handled that so comfortably. On the T-side, obviously there's more options than just going out long. But I feel to not even be able to make that call on a rifle round, it hurts you so much. Like it's a threat, just gone. Oh, two out two. We got a round. Elige Rifle is paying dividends. Oh, he goes down. Oh, and that was a real opportunity in floppy knife. Nice. Nice. Who the boys is? Who the boys is? Elige. Elige. D-side players, but you have this many AKs shooting back. Oh, wow. It's just fallen beautifully into place for big. And the Rig on the flank. He has just completely owned them. Swing. Hello. I'm not afraid to take duel after duel after duel. They go for more. It's crazy. Yo, he actually does a lot of damage. Yeah. Nice. Let's go. Sieg, brother. Awesome, man. Awesome, man. Even when we get to see a bit of action in mid-assist, it's going to be set up for success. That's a great shadow advantage. Profits from it. Howzok's hit some significant damage onto Rig on, but he's going to get hunted down. They're just ready to fight. Nice! I'm so scared. I've left everything out. They can't understand. I want the last two. I'll never have one. Please. 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 They have to keep searching for Rig on this little gap. No one's ready. And a clean double. See, all you needed was a little defibrillation. That's what the Halls are like. Oh. Never mind. Sita. That's a banger. Jesus. Nice. 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 This is not the name. Sorry. I'm playing G3. We need to go 3 or 3. Yes. Keep 4. Use-up. Hammerflash. Und, you've got three. Wir haben nur MP9, Jungs. Wir haben beide noch ein Ding. Wir haben nur MP9, Jungs. Sie sind bereit? Check-in. Ich halte nur Wind und Halle kann gehen. Ich halte nur Wind und Halle kann gehen. Die sind bereit. Das ist es. Wir sind bereit. Ganz schön. Hey, let's go. Wir kommen nach oben. Maschinen, ich bin. Gott ist das. Das ist die Worte, das ist das. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Ja! Ja! Wuhu! Waaas! F***ing golden! Kleine Scheiße Leute! Wir haben jetzt eine Runde! Klasse nochmal 3 gegen 2! Ihr zittert in der Pistole! Ihr zwei kommen mit dir rein! Ich hab deinen Arsch gerettet! Sick! Wuhu! Ich sag gar nichts sehen! Aber wie hat denn nochmal den Blick? Wie hat denn das gesehen?